Sie sehen ein Video der Reihe Bearbeiten von Online-Anträgen zum Digitalpakt Schule. Sie berücksichtigen einmal die Novellierung der Förderrichtlinie ab November 2021, dann die Überarbeitung des Online-Verfahrens ab Juli 2022. Die Videoreihe besteht aus drei Teilen. Eine Einführung und der Darstellung der benötigten Unterlagen und der allgemeinen Angaben für das Online-Verfahren. Dann eine Darstellung des Antragsablaufs und der schulbezogenen Angaben, also den Fördergegenständen und den dazu passenden Angaben aus dem technisch-pädagogischen Einsatzkonzept und der Fortbildungsplanung. Und zu guter Letzt eine Darstellung, wie Fast-Track-Anträge gestellt werden können. Sie sehen nun das zweite Video zur Einführung und Darstellung der benötigten Unterlagen und der allgemeinen Angaben für das klassische Antragsverfahren im Online-Portal. Die Unterlagen, die Sie für das Fast-Track-Verfahren benötigen, werden in Video 3 ebenfalls dargestellt, sie sind allerdings nahezu identisch. Nachdem in Video 1 die allgemeinen Angaben und das Betriebskonzept eingetragen wurden und die Investitionsplanung bereits vorbereitet wurde, geht es nun um die Fördergegenstände, die in Ihren Schulen zum Einsatz kommen sollen. Da wäre zunächst die Bestandsmeldung. Je nachdem, ob Ihre Angaben aus 2019 noch heute Gültigkeit haben oder eben nicht, wählen Sie eines der drei Kästchen aus. Wenn Sie sich unsicher sind, klappen Sie einfach den Hinweistext auf. Wenn es Änderungen geben sollte, tragen Sie diese bitte in die unten befindlichen Tabellen ein. Bitte denken Sie daran, dass Sie in die Bestandsmeldung den Zustand eintragen, der vor der Umsetzung der mit dem Antrag beantragten Maßnahmen bestand. Dies ist vor allem wichtig für Anträge mit Refinanzierungen. Über Speichern und Weiter gelangen Sie dann in den nächsten Bereich, die Fortbildungsplanung. Im Kopf der Seite sehen Sie nach wie vor alle relevanten Schaltflächen. Wenn Sie die Bestandsmeldungen richtig ausgefüllt haben, ist diese Fläche nun grün. Und dass Sie im Bereich Fortbildungen sind, erkennen Sie an der Überschrift der Seite und an der vergrößerten Schaltfläche. Tragen Sie nun die Daten zur Fortbildungsplanung ein. Diese sollten Ihnen Ihre Schulen geliefert haben. Die Angaben im Online-Verfahren entsprechen nun denen der Vorlagen für Fast-Track-Anträge. Sollten Schulen noch nicht geliefert haben, können Sie diese Vorlagen daher nun schnell an die Schulen zum Ausfüllen weiterreichen. Hier noch einmal der Link. Es reicht, pro Antrag zwei Fortbildungsmaßnahmen einzutragen, auch wenn Ihnen die Schulen mehr geliefert haben. Nachdem Sie gespeichert haben, geht es im Bereich TPEC-Erster Teil weiter. Der zweite Teil des TPECs, das sogenannte Einsatzszenario, ist nun den Fördergegenständen direkt zugeordnet, was das Durcharbeiten durch den Antrag wesentlich erleichtern dürfte. Dieser erste TPEC-Teil entspricht den allgemeinen Angaben in der Fast-Track-Vorlage, siehe auch Download-Link. Die Daten zu Schulentwicklungszielen, Fachcurricula und zur medienkonzeptionellen Arbeit sollten Sie wiederum von der oder den Schulen erhalten haben. Die Eintragungen sind selbsterklärend. Bitte wieder das Speichern nicht vergessen und weiter geht es bei der Netzwerktechnik. Bei allen folgenden Bereichen werden nur Eintragungen vorgenommen, wenn Sie die jeweiligen Fördergegenstände auch fördern lassen wollen. Alle Bereiche zu Fördergegenständen sind nach einer gleichen Struktur aufgebaut, die wir uns im Bereich Netzwerktechnik einmal genauer ansehen. Bitte klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche. Sie finden immer direkte Angaben zum Fördergegenstand, wie seine Anzahl oder wie hier die Anzahl der Räume, die mit LAN oder WLAN ausgestattet werden sollen. Dann finden Sie immer ein Textfenster für eine Kurzbeschreibung. Nutzen Sie für Texteingaben am besten die Hinweistexte, die Sie ausklappen können. Dort sind für den jeweiligen Bereich Beispieltexte hinterlegt, die Sie herauskopieren und für Ihre Belange anpassen können. Hier müsste man also die Qualität der Netzwerkkabel ergänzen, zum Beispiel CAT 7. Die investiven Begleitmaßnahmen zum jeweiligen Fördergegenstand sollten ebenfalls beschrieben werden, der dazu gehörige Hinweistext konkretisiert, welche Maßnahmen förderfähig sind und welche nicht. Ein erneuter Klick auf die Hinweise-Ein-Ausschaltfläche klappt den Hinweistext wieder ein. Und wir kommen zum letzten Strukturelement, der Ausgabentabelle. Hier tragen Sie nun die zum Fördergegenstand gehörende Investition, bezogen auf das jeweilige Jahr, ein. Diese Ausgaben inklusive der enthaltenen Begleitmaßnahmen werden dann in der Gesamtinvestitionstabelle automatisch aufaddiert. Sie erinnern sich sicherlich an die Hinweise aus Video 1 zum Bereich Gesamtinvestitionen. So geht es nun weiter mit Servern und mit der Anzeige- und Präsentationstechnik. Sie finden überall entsprechende Hinweistexte und Textbeispiele für die Begründung zum Einsatz von bestimmter Technik. Gesonderte Begründungen, zum Beispiel für interaktive Displays, werden nicht mehr gefordert. Sie sehen beispielsweise im Bereich Präsentationstechnik, wie Angaben aus dem schulischen TPEG direkt dem Fördergegenstand zugeordnet sind. Hier hilft das direkte Herauskopieren aus digitalen Unterlagen der jeweiligen Schule bei der schnellen Bearbeitung. Ein wenig Aufmerksamkeit verdienen die Bereiche schulgebundene mobile Endgeräte und Aufbewahrungsgeräte mit Ladefunktion. Man könnte meinen, dass Aufbewahrungsgeräte mit Ladefunktion ein Zubehör für Notebooks oder Ähnliches sind und entsprechend dort aufgeführt werden müssten. Dem ist aus zuwendungsrechtlicher Sicht nicht so. Diese Aufbewahrungsgeräte sind Teil der strukturierten Verkabelung. Daher sollen diesbezügliche Angaben in dem eigenen Bereich Aufbewahrungsgeräte mit Ladefunktion vorgenommen werden. Der letzte Bereich der digitalen Arbeitsgeräte funktioniert ein wenig anders. Diese Spezialgeräte für den technisch- und naturwissenschaftlichen, berufsbildenden oder sonderpädagogischen Kontext müssen einzeln aufgeführt werden. Die damit zusammenhängenden Ausgaben allerdings werden wie gehabt in einer Tabelle zusammengefasst. Nun sind alle Fördergegenstände erfasst und die dazugehörenden Schaltflächen grün eingefärbt. Sollte das nicht so sein, wechseln Sie bitte in den entsprechenden Bereich und schauen Sie sich gegebenenfalls die Fehlerhinweise an. Wenn das erledigt ist, klicken Sie ganz oben auf der Antragsseite auf Zurück. Sie sollten nun wieder auf der Überblickseite sein und noch einmal einen Blick in die Investitionsplanung werfen. Hier tauchen nun Ihre jährlichen Ausgaben für das zu fördernde Projekt auf. Wenn Ihre Eingaben zum Eigenanteil und den beiden anderen Spalten zu den Ausgaben passen, geht die Schaltfläche auf grün. Und wenn nicht, helfen die Fehlerhinweise, was zu tun ist. Wenn alle Schaltflächen auf grün stehen, kann der Antrag wie gehabt eingereicht werden. Nach Klick auf den Button Antrag einreichen, erhalten Sie noch einmal konkrete Hinweise für den Ablauf der Einreichung. Beachten Sie, dass ein Antrag nur als eingereicht gilt, wenn neben der Online-Einsendung auch der handschriftlich unterzeichnete Antrag postalisch im MBWFK eingegangen ist. Nun ist alles erledigt. Ihr Online-Antrag ist eingereicht. Die Mitarbeitenden im MBWFK werden sich an Sie wenden, wenn Fragen aufgetaucht sind oder Angaben nicht plausibel erscheinen. Hier bietet das Online-Antragsverfahren einen Vorteil, weil Sie schnell und bequem online korrigieren können. Das Fast-Track-Verfahren, das Ihnen im nächsten Video nahegebracht wird, bietet diese Möglichkeit nur eingeschränkt, hat aber andere Vorteile, die in Video 3 erläutert werden. Wir danken für Ihr Interesse und hoffen, dass Sie das Video weiterbringen konnten.